Träum weiter. Wie stellst du dir das vor? Das lässt sich doch überhaupt gar nicht realisieren. Es ist viel zu weit weg. Da kommst du doch nie hin. Du bist doch überhaupt nicht gut genug dazu. Und so weiter. Und dann sind irgendwann die Träume tot, still. Und zum Glück gibt es viele Wege, um seine Träume wieder auszugraben. Um diese völlig unsinnigen, negativen Überzeugungen von sich zu überwinden. Natürlich kann jeder seinen Traum leben. Es kommen schon die Menschen und die Möglichkeiten. Ich habe wieder gelernt, zu träumen und mir zu vertrauen, dass das mein Kompass ist. Ich habe meinen Weg gefunden, wie ich mich stärken kann. Träum weiter. Ich will mich hier verleiten.